Wo holst du denn? Was? Wo holst du denn? In der Wirtschaft. Ein sauberer Händler. Ich bin aber gleich da. Dann nehmen wir vier Meter mit. Einen alten. Einen alten Hust? Ja. Die gibt es da unten hin. Machen wir da drüben weiter, oder? Ei, Papa! Ei, Papa! Hallo! Nein, Papa! Nein, Papa! Nein, Papa! Nimm zwei mit! Da ist auch noch hin. Da ist jetzt der Helm aufgelistet, Elvis. Papa! Ich bin hier! Hier ist er! Ich setze den Helm auf! Ja, da ist! Papa! Ja? Nein! 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 Nicht draufklettern! Komm, komm! Tue mal Ball spielen! Tue mal Ball spielen! Schau! Wo ist der Ball? Ja! Jetzt setzt er denn Elvis auf! Nein! Läon! Nicht! Tue mal aufsetzen! Los, jetzt! Tief! Schellen! Jetzt war das zu tun.